Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Erst einmal ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich hoffe ihr seid gut reingekommen, habt einen gediegenen Abend gehabt. Ich auf jeden Fall, war auf jeden Fall ordentlich geil gewesen. Und ja Freunde, hier geht es wie gehabt weiter. Die Videos kommen schon mit einem laufenden Band, kennt ihr ja nicht anders von mir. Und heute Abend, Freunde, geht es weiter mit den Livestreams. 17 Uhr fangen wir an. Gucken wir mal, Ende lassen wir mal offen. Ich denke mal so 8, 9 Uhr, vielleicht machen wir auch bis 10, mal gucken wie es läuft. Und dann morgen auf einen schönen Samstag, Freunde, haben wir auch nochmal einen Livestream raus. Auch nochmal wieder ab 17 Uhr, Freunde. Und ja, da geht es ordentlich los. Wir spielen, hier ist mal was ganz anderes, Freunde. Wir spielen mal Zelda. Entweder, das könnt ihr entscheiden, spielen wir Link to the Past. Vom Super Nintendo damals noch, habe ich ja auch auf meiner Wii U Konsole. Oder wir spielen The Wind Waker HD. Könnt ihr entscheiden, werden wir dann heute Abend per Umfrage klären. Denn ihr könnt es ja auch schon mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr lieber sehen wollt. Und dann kann ich mich da auf jeden Fall schon mal leicht darauf vorbereiten. Also, Freunde, wie gesagt, heute und morgen ab 17 Uhr geht es los. The Legend of Zelda. Abende machen wir auf jeden Fall. Wir werden ordentlich werden. Ich zähle auf euch. Ich freue mich auf euch, Freunde. Und für die Leute, die nicht wissen, wie man dort hinkommt, dann guckt ihr mal unten in der Beschreibung. Mach dir unten mehr Anzeigen. Dann steht hier dann Link hitbox.tv. Da geht ihr heute Abend am besten ab 16.45 Uhr drauf. Dann werde ich mit ein bisschen Musik schon mal online gehen für euch. Und dann könnt ihr mich dann live zusehen. Weil ich bekomme sehr, sehr viele Kommentare und Nachrichten, wie man die halt beim Livestream sehen kann. Ja, Freunde. Ist ganz einfach. Und in der Beschreibung ist der Link. Dort draufklicken und dann seid ihr sofort am Start. In dem Sinne, Freunde, heute Abend 17 Uhr geht es los. Ich zähle auf euch. Dankeschön und bis später.